Bitcoin, voller Fahrplan, erreicht unsere Supportzone nahezu punktgenau und reagiert erstmal heraus. War das jetzt schon dieses Retracement, was wir erwartet haben und geht es jetzt wieder in Richtung High-A-High oder können wir doch nochmal mit einem tieferen Tief erwarten und dann eben gegebenenfalls mit Long-Positionen hier einsteigen? Das erfährst du hier im Video, das heißt unbedingt dranbleiben. Und damit würde ich sagen, servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading on Air. Wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elite-Valenture an. Was können wir erwarten? Welche Levels sind wichtig und welchen Fahrplan verfolgen wir hier? Das heißt, vollgepackt mit Mehrwert wieder und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins noch vorneweg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du es natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTuber auch gut zu pushen. Würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir jetzt aber direkt rein. Bitcoin-Kryptomarkt-Kapitalisierung hier bei den 969 Milliarden US-Dollar, somit mit guten 2% im Minus die letzten 24 Stunden. Bitcoin notiert hier bei, ja oder knapp unterhalb der 20.800 US-Dollar Marke mit guten 2% im Minus. Ethereum hat es hier etwas stärker erwischt, 1.527 US-Dollar mit guten 3% im Minus. Gut, gehen wir noch auf die Ausreste hier ein, einmal der ENG-Coin hier mit, oder der Engine-Coin mit fast 20%. Kava gute 10% oder 11% hier draufgelegt, dann Brex Share hier noch 8%, aber ansonsten hier keine allzu starken Ausreste hier mehr nach oben. Schauen wir uns noch die Ausreste nach unten an, sehen wir einmal Rocket Pool hier mit 14%, Monero fast zweistellig. Gala hier auch mit, ja oder nahe an den 10% an Abgaben, auch Terra Luna Classic hier mit 7,5%, ICP 7,5%. Das heißt hier doch auch ein paar starke Abgaben im Alköln-Bereich. Gut, dann gehen wir jetzt direkt auf den Bitcoin-Chart und fangen hier auf den Daily-Time-Frame wie immer an und schauen uns an, wie die gestrige Daily-Candle hier geschlossen hat. Und die war per se erst einmal bearish, eigentlich fast genauso wie wir es erwartet haben, aber da kommen wir jetzt auf den kleineren Zeitanheiten nochmal dazu. Denn wir sehen es, seitdem wir diesen Wig hier am 14. Januar hier gebildet haben, sind wir dreimal drüber gestochen, jedes Mal mit einem Higher High. Letztes Mal oder gestern eben nur noch mit einem 1$ Higher High und haben uns quasi die Short-Liquidität, die sich immer über den Highs hier eben befunden hat, eben abgeholt. Und sind jetzt erstmal nach unten hin, weggedreht haben auch schon unsere Zielbox hier angelaufen, aber da kommen wir jetzt wie gesagt gleich dazu. Per se ist das wichtigste Level nach oben hin, einmal die 21.600 und ja 75$, das heißt dieses Hoch, was wir gestern hier gebildet haben, nach unten hin, wäre die erste relevante Marke hier ja 19.1, beziehungsweise wenn man es so sagen will, auch die 20.000$, was auch mit der psychologischen Marke dazu passt und komme jetzt auch gleich auf den kleineren Zeitanheiten dazu. Ansonsten sollten wir jetzt wirklich nach oben hinweg drehen, sehen wir 22.700$ und dann wäre die nächste Haltestelle auch hier 23.600, 23.700$, aber das deckt sich auch wieder sehr sehr schön mit der Analyse auf den kleineren Zeitanheiten. Gut, dann gehen wir noch schnell auf den 4-Stunden-Timeframe für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind und demnach gehen wir davon aus, dass Bitcoin seit dem All-Time-High einer WXYXZ-Korrektur hier abverkauft und das Ganze hier, wo wir uns seit diesem Zeitpunkt hier in der letzten Welle Z hier befinden, das Ganze hier mindestens auf die 16.000$ hier geschehen wird. Gut, das ist jetzt schon geschehen, jedoch gehen wir Stand jetzt weiterhin mit einer leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es das noch nicht war. Aber wann gehen wir davon aus, wenn wir jetzt einen sauberen 5-Teiler hier nach oben sehen, das heißt kein A, B, C, keinen dreiteiligen Move, sondern einen 5-Teiligen Move, ganz ganz klar, das heißt, dass wir hier einen Impuls reinzählen können und dann werden wir, Stand jetzt sollten wir diesen Impuls so sehen, jedenfalls sogar auch dieses hoch hier rausnehmen bei den 25.200$ und das wäre ein sehr sehr starkes Zeichen und dann fragt sich der eine, okay gut, dann habt ihr vielleicht hier was verpasst, nein, wir haben bei 16.200$ akkumuliert das erste Mal akkumuliert, wir haben nicht bei 30.000$ akkumuliert, wir haben auch nicht bei 20.000$ akkumuliert, wir haben nicht bei 25.000$ akkumuliert und jeder, der dort gesagt hat, es ist der Boden, hat es auch in dieser Phase hier gesagt, es ist der Boden und irgendwann wird man dann halt mal recht haben, wir gehen da eher vorsichtiger ran, das heißt, wir haben hier zwar akkumuliert, aber jetzt läuft ja eben der Zug erstmal nach oben hinweg, wir laufen jetzt nicht hinterher, wir warten auf das Stärkezeichen und steigen dann wieder antizyklisch in den Markt ein, um auch nichts von diesem Bullrun hier zu verpassen und um trotzdem, ja, bestmögliche Kurse bei einem bestmöglichen Chancen-Risiko-Verhältnis hier eben bekommen zu können, das heißt, so unser Fahrplan und den verfolgen wir hier und wenn du daran interessiert bist, stell sicher, dass du das kostenlose Abo dalässt, um auch da weiterhin nichts mehr zu verpassen. Gut, dann gehen wir jetzt in den 1-Stunden-Time-Firm rein, demnach haben wir, wie gesagt, das Ganze hier nochmal unterteilt, ein WXY hier nach unten hier in orange gekennzeichnet und demnach aktuell Bodenbildungspotenzial, 12.000 Dollar ist jetzt noch sehr, sehr weit weg, aber dann müssen wir uns dann auf den kleineren Zeiteinheiten, wenn es dann soweit sein sollte, nochmal damit beschäftigen, damit wir hier dann auch genauer Aussage treffen können, ob das ein realistisches Ziel ist oder ob es vielleicht sogar nur ein marginales Low-Low hier ausreichen würde. Gut, demnach gehen wir davon aus, W hier gefinisht, A, W, C nach oben einmal hin, das Ganze hier, die C in 1, 2, 3, 4, 5 hier unterteilt, wie gestern angesprochen, wir erwarten hier nochmal ein leichtes High-High, um danach runterzudrehen, fragt sich der eine, wieso seid ihr jetzt nicht in einen Short eingestiegen, liegt ganz einfach daran, wir haben das hier verfolgt, wollten aber noch hier die 22.000 Dollar sehen, denn wir sehen es auch hier, drüben gehen wir nochmal schnell auf den 4-Stunden-Time-Firm, sehen es auch hier, war noch eine Ineffizienz offen, die hätten wir sehr, sehr gerne geshortet, kam auch mehr an Widerstand rein, aber es hat leider das ja minimale High-High hier ausgereicht, da sind wir dann dadurch eben leider nicht in einen Short-Trade eingestiegen, das heißt, soviel an dieser Stelle, wir warten jetzt und suchen jetzt nach Longs auf den kleineren Zeiteinheiten und da kommen wir jetzt dazu, das heißt, demnach gehen wir aktuell davon aus, dass das hier die A war, wir sehen es, wir sind hier perfekt drauf reagiert und das mit einem News-Event, das heute, ja eben quasi, also gestern wurde zu diesem Zeitpunkt hier dann quasi veröffentlicht, dass Regularien zwecks der Krypto eben in den USA heute bekannt gegeben werden und die, ja das ist eben sehr, sehr negativ vom Markt hier aufgefasst worden, was sich dann mit unserer Analyse hier eben perfekt gedeckt hat und diese News kommen heute, wenn ich mich nicht irre, um 18 Uhr deutscher Zeit hier raus, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ich mich da jetzt gerade ihr und ihr da bessere Infos habt, aber soviel wir, beziehungsweise ich da jetzt Kenntnis haben, ja kommen die heute eben um 18 Uhr, das heißt da definitiv mal Augen auf den Chart hier werfen, aber für uns sieht es aktuell eher danach aus, dass das hier eine A war, klar, es kann theoretisch durch sein, wir haben die Mindestanforderungen jetzt erfüllt, aber wir gehen davon aus, dass das hier eine A war, wir hochgekommen sind in einer B, die hier auch schon in den Zielbereich hier rein sind, jedoch sollten wir nochmal höher kommen, sehen wir hier die nächsten Haltestelle, Golden Pocket, 21.172 Dollar, sollten wir noch höher kommen, ja es 0, sie macht 6er hier bei den 21.380 US-Dollar, passt auch gut mit deren Effizienz und mit dieser Ineffizienz hier die beiden Widerstandsmarken hier nach oben hin aus Fibonacci Sicht, sollten wir jetzt direkt nach unten kommen und die B quasi hier drin sein, sehen wir hier die ersten Unterstützungsmarken, einmal grob gesagt 19.900 US-Dollar, wo auch noch das DMI-Gab eben offen ist, dann sehr sehr starke Unterstützung hier beim 0.382, Fibonacci Level hier bei den 19.627 US-Dollar, sollte es noch weiter nach unten gehen und die News heute sehr sehr bearish sein, haben wir hier sehr sehr starkes Augenmerk, einmal auf 19.120 US-Dollar bis auf die 19.000 Dollar glatt, wo hier das 1.618 in Kombination mit dem 0.5er Fibonacci Level wartet, was aus unserer Sicht erstmal einen sehr sehr starken Supportbereich hier eben repräsentiert und hier könnten wir uns sehr sehr gut vorstellen, in einen Long-Trader einzugehen, sollten wir hier irgendwelche Trades eingehen, halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den laufenden, Link dazu selbstverständlich unten in der Videobeschreibung, Moment, jetzt muss ich kurz ein Signal raussuchen, aber ja, so sehen da beispielsweise Signale aus, aber ganz ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir traden, das heißt, ihr könnt die nachmachen, müsst es an dieser Stelle nicht, aber kommt auch jeden Monat ein Trade-Register rein, wie eben die gesamte Performance dieser Gruppe ist, das heißt, wie gesagt, ihr könnt euch gerne selbst ein Bild machen, aber wie gesagt, keine Anlageberatung an dieser Stelle, auch die Talk- und News-Gruppe ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, kommen von unserer Seite dann immer die Trade-Ideen rein oder auch mal kurz Updates, falls ihr hier irgendwas Spannendes getan habt oder ja, auch vom Floati gerne mal so Updates, aber wenn du einfach nur den Austausch mit der Community willst, ja, oder suchst, kannst du hier selbstverständlich auch gerne beitreten, wie gesagt, beide Links unten in der Videobeschreibung und jetzt gehen wir noch kurz rein, denn demnach gehen wir davon aus, dass es das hier noch nicht war mit diesem Abwagauf, es kann theoretisch drinnen sein, aber wir gehen davon aus, dass es das noch nicht war, dass wir mindestens hier die 19.900 Uhr-Dollar nochmal anlaufen werden, wo auch unser CMI gewartet, primärer Fokus aktuell sogar 19.600, es sagt uns aber dann die innere Struktur, das so der Bereich, der erste Support-Bereich und der zweite Support-Bereich, der für uns auch trade-technisch hier lukrativer wird, wäre dann hier unten bei den angesprochenen 19.1.20 bis zu den 19.000 US-Dollar glatt, könnte man dann hier einen Long-Trade eingehen, Stop-Loss hier drunter legen und dann abwag das Ding versuchen hochzutraden, wo geht es danach hin? Stand jetzt, wenn wir hier direkt nach oben hin durchdrehen, haben wir den ersten Zielbereich hier drauf, bei den 21.60000, 687 US-Dollar rauf bis zu den 22.000 Dollar, sollten wir hier die Trendwende reinkriegen, war vermutlich hier die 5 drin, hier die C drin und dann kann theoretisch hier die X drin gewesen sein, dann wird es sehr, sehr spannend, wie wir uns in dem Retracement, das heißt, wie wir danach korrigieren, aber da begleiten wir euch selbstverständlich auf täglicher Basis, aber ein erstes Stärkezeichen wäre es von Bitcoin, wenn wir diesen Bereich hier rausnehmen und dann sehen wir aktuell die nächste starke Widerstandsmarke hier bei den 23.700 bis 23.800 Dollar, wo auch aus einer anderen Berechnungsart hier erstmal ein potenzielles Ende dieser Welle 5, der Welle C, alternativ dann der Welle 3 eben drinnen sein kann, das heißt, wenn wir dieses Level, die 22.000 Dollar hier überwinden, ist unserer Meinung nach der Weg erstmal frei Richtung der 23.800 Dollar, gleich mit kurzem Zwischenstopp hier bei den 23.100 Dollar, aber wir gehen dann primär davon aus, dass hier sollten wir die 22.000 Dollar nach oben hinnehmen, die 23.700, 23.800 Dollar hier anlaufen werden. Gut, soviel zu Bitcoin, gehen wir rüber zu Ethereum, noch hier ganz, ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe für die Leute, die neu von unserem Kanal sind, demnach gehen wir analog zu Bitcoin davon aus, WXYXZ nach unten hin seit dem All-Time-High, alternativ hat sich hier um ein 1.2 gehandelt, wie ihr es hier seht, aber da wird es jetzt eben sehr, sehr spannend analog zu Bitcoin, aber da begleiten wir hier selbstverständlich auch hier auf täglicher Basis, demnach gehen wir im primären Szenario weiterhin davon aus, solange wir hier nicht die Bestätigung vom Chart haben, dass es hier eine W nach unten war, eine X nach oben, wieder mit der Y, stand jetzt mindestens auf die 850 Dollar, hier weiterhin abverkaufen werden. Gut, gehen wir noch schnell auf dem 15-Minuten-Timeframe, demnach haben wir das analog zu Bitcoin hier wie folgt gecountet, dass hier die 3 drinnen ist, die runtergekommen sind in einer A, hochgekommen sind in einer B, die nächsten Widerstandsmarken, das heißt, die B kann hier schon drin sein, aber sollte es hier nochmal höher gehen, das Golden Pocket hier bei den 1.569 Dollar im Blick behalten, sollte es noch höher gehen, 1.587 Dollar beim 0786er Fibonacci Level, was auch hier wieder passt mit den Ineffizienzen hier eben auf dem Chart, was wir hier sehr, sehr schön analog, wie gesagt, zu Bitcoin, sollte es jetzt direkt nach unten gehen, da können wir es euch jetzt nicht sagen, erwarten wir nochmal ein höheres Hoch oder nicht, die Mindestanforderungen sind hier durch, das heißt, es kann jetzt jederzeit nochmal runterdrehen und auch hier im primären Szenario gehen wir davon aus, dass die 4 hier noch nicht drinnen ist, sondern dass wir die hier mittels A, B, C hier formen, wie gesagt, entweder war die B hier drinnen oder nicht, hier jetzt auf Long oder Short zu gehen, würden wir nicht machen, sollten wir nochmal höher kommen und die Struktur uns überzeugen, dann sieht es danach aus, dass wir hier gegebenenfalls sogar auch in einen Short Trade einsteigen könnten, aber da halten wir es selbstverständlich dann in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden und wenn es jetzt nach unten geht, sehen wir die ersten starke Unterstützungsmarke hier, einmal 1.458 Dollar bis 1.432 Dollar mit primärem Fokus, eigentlich 1.444 Dollar bis 1.458 Dollar, nochmal 1.458 Dollar bis 1.444 Dollar, das ist der primäre Supportbereich und dann der nächste Supportbereich 1.394 Dollar in Kombination mit dem 1.618 Fibonacci Level, das ist auch hier sehr, sehr starker Support beim 0.5 Fibonacci Level, was es aus trade-technischer Sicht und Chancen-Risiko-Verhältnissen einfach nur sehr, sehr lukrativ machen würde, hier in einen Long Trade einzusteigen, aber ihr kennt das Spiel, da halten wir euch dann selbstverständlich auf, Telegram auf den Laufenden, sollte es jetzt nach oben hin durchgehen, weil wir sehen, auch hier haben wir den, ja die Supportbereich hier perfekt angetatscht, aber wie gesagt, nicht unser primäres Szenario, wäre die erste Erhaltsstelle einmal hier 1.629 Dollar bis rauf jetzt zu den 1.660 Dollar, wo auch das Golden Pocket hier auf uns wartet, das ist hier der erste starke Widerstand und sollten wir das Ganze hier rausnehmen, sieht es danach aus, dass wir mindestens die 1.783 Dollar hier anlaufen werden, eher sogar der Fokus hier nach oben hin in die 1.900 Dollar Region, ihr seht hier die wichtigsten Marken, aber wir peilen dann auch hier primär erstmal das 2.618 bis zum 1.4P an, das heißt 1.878 Dollar bis 1.957 Dollar sollten wir hier die 1.665 Dollar nachhaltig nach oben hin rausnehmen. Gut, soviel zu Ethereum, auch hier nochmal zusammengefasst, primäres Szenario ist, dass wir hier diese 4 noch nicht gesehen haben, sondern mittels A, B, C nach unten kommen und mindestens hier die 1.458 Dollar anlaufen werden, analog zu Bitcoin, das heißt wir erwarten nochmal ein neues Tief hier, ehe wir dann in einer Welle 5 hier höher drehen können und dann können wir euch morgen dann, wenn es wirklich so weit ist oder wenn dieses Szenario auch eintrifft, dann auch die aktualisierten Level hier nochmal durchgeben für diese Welle 5 und damit würde ich sagen, wir enden wir dieses Video, soll jetzt nicht noch unnötig in die Länge gezogen werden und damit bedanken wir uns an dieser Stelle schon mal über jegliche Form von Support und damit hören wir uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder, ansonsten morgen in der Früh zum Update und damit Trading ist raus, macht's gut, ciao, ciao.